Oh yeah! Willkommen zurück zu deinem letzten Fall gefallen! Super Mario Bros. Wanda! Ja, danke Toad, dass du für mich das nicht so gemacht hast. So, wir kaufen noch ein paar Aufsteller. Einmal für Daisy. Bisschen aufgeblasen, passiert. Für den gelben Toadie. Nochmal. Wie der da unten aussieht, wie lustig. Hüpfertoad. Und Stachelkugel, Toad, sieht lustig aus. Und einmal nach dem blauen, weil wir es können. Yeah! Da haben wir unsere Sammlung weitergeführt. Und machen das mittlere Level hier. Das zeigt wohl sehr besonders zu sein. Dafür müssen wir auch nur, ja, theoretisch drei Level von den sechs, die man hier machen kann, auswählen kann. Muss man zu 100% geschafft haben. Ansonsten jedem einzelnen eins sammeln. Passt auch? Keine Ahnung. Egal, macht keinen Sinn, was ich da war. Ja, drei Level schaffen. Dann schalten wir das Level frei. Mit dem folgenden Namen. Halbfinaltest. Piranha Reprise. Also eins, zwei, wo die singen, aber jetzt nochmal in extrem hart. Da bin ich dabei. Oh Mann. Ich frag mich, wie ich mir das vorstellen soll. Das ist mir einfach gar nicht vor. Wir hören einfach los. Das ist die Musik. Hör mir Schaden. Ich hab meine Abzeichen nicht geändert. Ich bin blöd. Egal, machen wir eine Challenge raus. Was geht los? Spezialmarsch. Jahrhundert. Wobei ich mir das alles genauso machen muss. Aua Was zum Ich will halt nicht so viel sagen weil ich will dass die musik hört aber Gucken mal Also der anfang der geht ja noch Muss man sich einfach nur schnell beeilen und schnell alles aktivieren Stimmt ist es wichtig alles zu rücken das ist echt böse wie die auftauchen und wie die nicht gehen ist klar hallo So ich habe mir gemerkt hier kommen die direkt ausgewichen Verschwinde auf zu singen Krasslich Ich will es gar nicht hören Was zum Also Keine ahnung kann das nicht erklären Gehen sofort wieder runter das ist richtig böse wo soll ich das wissen Nicht Danke gute Danke Ich wurde gerettet Ich wurde gerettet nein wurde ich habe angst und ich habe wirklich angst vor dem war noch habe ich feuerblume wie lange die frage oder lass das bitte das muss nicht sein mein herz macht das nicht mit oder so die machen was sie wollen aber immerhin die münze die habe ich mir verdient was zum teufel was hier ist ein secret item direkt darüber merkt euch da das ist richtig wichtig da oben dieses power-up ist tatsächlich so viel besser dass sie den fan power-up und man kann man alles one shotten bam 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 alles weg alles weg klatschen weghauen weg einfach weg weg mit dem umgeziefer weg mit den kugeln also nimmt die elefanten hier mit und banken später das hätte ich gerne mit können online und das bei der stelle ja jetzt bin ich tot oh man habe ich pech einfach rennen vielleicht schaffe ich es ja jetzt darf nichts mehr passieren ich muss alles behalten ach komm vor allem wenn ich dann sage passiert ist ne was auf ist treffe ich mich noch mal was mir noch mal treffen oh mein gott das ist nicht ich habe übrigens eigentlich ein abzeichen womit ich durch pilze und generell einzelne power-up sind gefangen werde was wir letztes mal gekauft haben ich habe unnötig gesagt dass es kacke aber ich bin eigentlich eher nur unnötig als dass ich es kacke finde ich bin eigentlich nicht wirklich kacke ach komm schon wer glaubt alles dass ich diesen zwei schaffen werde du du glaubst es nein aber ich beweise das gegenteil also ich versuche euch das gegenteil zu beweisen wünscht mir einfach glück ich brauche es musik ist aber cool und auch vor aber heute ist vorbei ja 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 danke oh man also knackiges level also schwerer als es aussieht ist es nicht der schwerste level oder so aber ist es schon weiter oben auf jeden fall okay wenn das halbfinale test war kommt dann jetzt schon finale warte so ein blütending in dem blütending hier ach warte mal mir fällt erst jetzt ein uns fehlt noch ein level ja stimmt hier gab es ja auch noch einen durchgang zu einem level oder ja da oben das hier doch ne goldener münzbring war es nicht oder nicht doch hier tatsache hier ist noch ein level in den blüten den sobald man einmal 360 gegangen ist wie es dann wirklich gemacht hat hat man das hier frei ja jetzt noch etwas übersehen habe gut dass ich jetzt gefunden habe blüten in den spezial kumba turnstunde okay dafür nehme ich jetzt auf jeden fall ein level weil ich will euch unbedingt zeigen wie er oder sie weiß es nicht hier aussieht jetzt kumba ich wusste es gab noch als mit dem kumba und alles ich wusste ist ja mal doppelte münzen ich werde sowieso ein kumba sein ja danke ich finde das sieht einfach lustig aus okay ich verstehe schon aber ich mag die musik hier ich kann auf ihn drüber ne und spring ich kann bouncen aber ich kann nicht hoch bei uns passiert nichts schade geht alle weg da alle weg da fehle ich euch gefehle es euch ich bin der kumba führer von baus und schergen ja genau der bin ich der einzig wahre sucht schon nach mich nach mir nach mich auch gut schergen wir schaffen das für die ganzen kleinen kürzel einer münze wir können uns verstecken auch ich sehe auch schon warum ich sehe auch schon warum wir uns verstecken müssen ja auch komm schon das war gemein so jetzt schaffen wir es schade sie mit sich mitbekommen egal kurz drucken stecken hier kurz abwarten bis der gewollt ist ja jetzt schnell durch was ich habe angst das level ist wirklich schwer jetzt einfach hinterher müssen sie so knapp machen was wird das hier was soll das hier aber nur rüber und rüber rüber nein doch tatsächlich funktioniert das was wir sind durch wir sind durch wir haben es geschafft das war wirklich also ohne witz ne das war wirklich wirklich schwierig wenn ihr mich fragt ich war jetzt hier gestorben was wir wirkt ein bisschen kurz für mich also hätte ich das in marmecke gebraut ich jetzt auch viel länger gemacht nach dem checkpoint reinhauen aber alle der wir haben ja keine checkpoints das verstehe ich schon wir wollen es nicht zu kaiso-like machen akzeptieren ok und nun wo führt uns das hier denn hin wenn wir jetzt schon alles durch haben ein extra extra bonus secret level in der extra extra bonus secret world es gehört aber es ist ganz weit oben in der luft und zwar ein level was wir freischalten müssen todell darf das letzte level machen so wenn man alle hier gemacht hat in dieser spezialwelt darf man das finale level spielen ein bowser schloss und zwar finaltest ewiges wunder ich hab ein bisschen angst wenn ich ehrlich bin das soll das schwerste level sein maybe ja hallo nehme ich halt den bisschen schwarz ein bisschen pink warum nicht was passiert jetzt sagt mir jetzt nicht das ist eine compilation von allen wundereffekten weil das ist meine vermutung hier gibt es ja ja gibt es auch müssen die gibt es auch wieder 100 prozent sammeln und das war nicht so klug von mir ok gut dass ich die zweite folge daraus gemacht hat hier einfach direkt am anfang das will ich nicht ich brauche was anderes spiel stimmt es wird immer noch ein abzeichen ich denke mal dass wir es nach diesem level bekommen werden weil irgendwas stimmt da halt nicht ne ok ich versuche in der mitte zu bleiben hier ich kann mich einbauen leider nicht ich kann aber entspannen und ein bisschen zu schauen was hier abgibt die stollen ein komplett nach oben macht mal das level hier unsichtbar das ist doch spaßig oder dass das könnte doch spaßig werden in frontend gerne die fand fühle ich mich tatsächlich am sichersten muss ich zugeben was hier soll das letzte level sein kann ich die blas nicht kaputt hauen ich kann die kaputt hauen aber jetzt kommt ja noch mal was zum ja noch mal alle effekte hier jetzt ist super schnell und dann sagt mir nicht dass der wird einfach nur schnell und nicht schnell gemein macht das auf bitte macht das auf bitte danke nett von dir aber leider keine checkpoints natürlich keine so viel glück haben wir auch nicht nein alter da schied ich mich hier durch keine zeit zu verlieren weder war eine korn ich hab's nicht gesehen wenn eine war zu spät und ist jetzt gut dass mein abzeichen ab sonst ich jetzt ich sehe sie schon da unten ist sie aber da kommt sich dann haben wir hier ich glaube hier waren oder ich habe mein abzeichen geändert zu dem gleiter weil wenn ich jetzt die ganze nach oben schwelle dann falsch auszusehen wieder nach oben habe ich keinen bock drauf das stimmt ich bin jetzt so oft gestorben dass ich wieder vergessen da was präumt als nächstes nee da unten war kein wow wow dankespiel danke ist doch hoch leider auch kein checkpoint halt jetzt bin ich hier wieder klein in dieser schwierigen stelle vielleicht muss ich einfach ein bisschen warten ja ein bisschen langsamer abwarten abspielen okay ich hab die coin und jetzt muss ich noch überleben was geht da ab das ist deren fun fact wusstet ihr dass wenn man auf neu starten drückt dass man dann die münzen neu sammeln muss cool oder ja hab ich auch gerade ausprobiert kann man schön das ganze level noch mal neu experiencen das ist doch schön das erinnert mich irgendwie an was war das super mario land 2 glaub ich oh komm schon wer kommt da an die münze rein für die eine münze macht das mal richtig ich mache es richtig und nein was zum ja mein schiff ich liebe mein schiff was das cool oh nein die blitze die blitze natürlich bringt sie die blitze noch mal zurück oh es geht weiter schaue schiff schaue äh ausrufe zeichen wieso 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 w ich reite die einfach online die koopas ja letzte kohlen muss auch das ende sein sterne passt auf wo ihr hinspringt bei stadt insbesondere das ding gerade hier glaube ich meine ich ja das war ja das ist schon so top 5 das schon aber alle wundersamen gefunden zur blutung jetzt eine medaille jetzt schon 2 und wunderbar dass eine zähler blut mit gefunden jetzt hast du schon drei medaillen und wunderbar dass bei jedem ziel war die golde flagge erreicht also die spitze das jetzt eine weitere medaille damit vier eine spezialwert ist nur der level super final test abzeichenparade verfügbar warte was noch ein das war ja unglaublich wir sind so weit gereist und haben so weit gebracht aber das hier das war ein ganz spezielles erlebnis ich bin ja so vor dass wir gemeinsam unterwegs sind ähm warte mal das war es noch nicht es geht noch weiter hinauf super final test abzeichenparade woher sind wir denn jetzt es wird nicht mal mehr angezeigt wo wir sind so weit oben sind wir okay bevor wir das machen bevor wir das machen freunde gebe ich erstmal mein geld aus was kurz runterkommen blauer tot fliegt nach unten fliegt weg jetzt rollte nach rechts jetzt ist er sauer tot jetzt muss auch erstmal hinsetzen und entspannen vorsichtiges level macht das sieht süß aus okay jetzt habe ich noch den joshis und den mopsi ja mehr kann ich mir nicht leisten aber wie viele fehlen jetzt noch von den dingern nein nein wo waren die hier waren die nein das war die abzeichen ich bin nervös äh es fehlen halt wirklich nur noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf wenn wir gleich genug sammeln zusammen bekommen dann fahren mich die ausgehen schnell dass wir das noch in dieser folge zu ende haben dass ihr bescheid wisst so aber es wird wohl jetzt zeit für ein weiteres final level das final final level jetzt for real bruder for real for real diesmal okay total kann ruhig bleiben los geht's abzeichen parade ich gehe mal davon aus dass wir jetzt nichts auswählen dürfen oder das ist jetzt herausforderung wenn du die schaffst gehörst wahrscheinlich zum besten der besten danke natürlich schaffe ich das ich kann es jetzt schon echt cool das gefällt mir jetzt schon sehr das war die erste challenge ich werde mal kriegen jetzt ein anderes abzeichen oder einsteigen jetzt machen wir alle noch mal neu super profi version so schlecht das ist doch schlecht ja 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 nein 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 was macht man das ich kann hier halt nicht springen junge was erwarten die von mir obwohl das war knapp das war knapp jetzt vielleicht ja was das muss das mitnehmen warte mal nein bitte sagt mir spiel das hier hat checkpoints wenn es gar keine checkpoints hat nein nein das level muss checkpoints haben ich bitte nicht spiel das kannst du jetzt nicht wirklich bringen ach komm wie soll ich da bitte durch ach komm was soll das spiel das ist echt nicht cool yeah okay ich muss das erstmal checken die stampfattacke macht wow oh man also stampfattacke ist hier die lösung glaube ich abgesehen wie weit das danach ging zurück kommt zurück zurück bam ja jetzt stampfattacke ist die lösung hier rüber haben wir jetzt in die jam rüber sehr gut sehr gut bisher das war zu schnell das war zu schnell wir chillen, wir chillen, wir chillen, wir chillen, wir chillen was war close, das war richtig close danke ich brauche mal bitte ein checkpoint ehrlich jetzt okay DELPHIN oh nein nein schlecht schlecht ich habe das schlechtes timing und wollte dann absinken aber es hat nicht geklappt hallo ich habe jetzt schon das gefühl dass das ja das schwierigste level im spiel sein wird ich bin klein ne ist das alles nur für die Minte die kriegen mich, die kriegen mich, die kriegen mich... Nichts! Es geht weiter. Wie bitte? Sind die irre? Was soll man die genommen haben? Das brauche ich. Der Duck-Jump. Ich verstehe. Das ist krank. Achso, nichts drücken. Nein! Oh, Gott sei Dank gab's mir ein Checkpoint. Ich wollte grad eigentlich wieder... Wie gab's nen Checkpoint? Danke Entwickler, ich hab das nicht mal gemerkt. Vielleicht hab ich's gemerkt, aber ich hab's direkt wieder vergessen. Oh mein Gott. Vielen lieben Dank. Aber der Blind Jump ist echt böse. Das ist wirklich böse. Oh mein Gott, Bro. Wall Jump! Ah, verstehe, verstehe. Los! Und wir müssen uns beeilen hier. Speedrun-Mode. Schade. Spuck. Du bist so ein... So, bitte benehme dich. Stimm gegen die Warte und dann noch einmal. Ey, das ist... Junge, was? Ich weiß, ob ihr's hören könnt. Aber... Immer wenn ich duke... Mach mein Controller so Geräusche... Oder vorhin macht er einfach Geräusche gemacht. So, blut, 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 blut. Müsste mal drauf achten, wenn er selber spielt. Manchmal macht der Controller Geräusche bei manchen Abzeichen. Stimm gegen die Wand und dann noch einmal. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich hab auf seinen Beißen geachtet. Davon habe ich zu Turm... Was? Wie macht man das? Ach, Mann, ey. Ich weiß es nicht. Jetzt hat's geklappt. Anlauf hat gefehlt. Geh' ich mal von aus. Keine Ahnung. Ich kann's auch nicht sagen. Vor allem hab' ich auch noch so'n Zeitdruck. War ja ständig... Oh, nein. Hab' ich noch Zeit? Und die Lava? Noch seh' ich sie, ne? Ich hab' noch Glück, wie's scheint. Spuck' mal bitte. Danke. Ne? Ich hab' wirklich noch sehr viel Glück hier. Okay. Ich glaub' eins kommt noch und dann noch mal ein Checkpoint und... Oh, nein. Die kommen auch noch alle dran. Aber die Blauen nicht. Schade. Ne, das ist ja zu easy. Die Blauen machen ja eigentlich auch keinen Sinn so als Challenge. Egal. Oh! Was zum Teufel geht denn hier ab? Äh, nein! Es muss doch hier langsam mal enden. Und vor allem bin ich klein, ne? Und das kann ich auch gar nicht ändern. Es gibt gar keine... Möglichkeit, mich jetzt nicht klein zu machen. Oder mich größer zu machen. Alter, da musst du... Oh, Junge. Äh, ihr seid ja lustig. Die sind so lustig, ne? Alter, wie hab' ich's da durchgeschafft? Mir gehen die One-Ops langsam aus. Ah, atme tief durch. Ja, ja. Ich kann zum Glück in der Luft twirlen. Wenn ich das nicht könnte, Alter, dann wäre das ja... Ich hab' ehrlich keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Also das ist mir einfach zu krank. Ich weiß nicht, was sie hier... Wie sie hier gelitten haben, aber... Ich leide. Auf jeden Fall. Dann muss man immer alles neu machen. Dann machst du so'n ganz kleinen Fehler. Dann muss das Ganze... Dann wär' auch wieder neu machen. Und ich... Ich will das auch langsam gar nicht mehr. Ich will... Ruhe und Frieden. Ich will, dass das Spiel jetzt tatsächlich doch vorbei ist. Eigentlich wollte ich das nicht. Aber mittlerweile bin ich anderer Meinung. Es muss jetzt einfach enden, bitte. Es muss nach dieser Challenge ein Checkpoint kommen. Sonst flipp ich aus. Ich flipp sowieso schon gerade aus, aber... Bro. Dann noch viel mehr. Was geht hier ab? Vorbei? Warte, wenn er das sagt, dann heißt das vielleicht... Vielleicht... Checkpoint, immerhin! Oh, ich seh' schon. Ja, Jet, okay. Immerhin, Checkpoint. Ohne Witz, danke. Immerhin. Was geht jetzt ab? Das war falsch. Es ist mir egal. Meine Stimmung ist wieder oben. Ich hab'n Checkpoint. Aber ich hab' noch 13 Versuche. 13 Mal noch down gehen. Oh. 12 Mal noch down gehen und ich kann... äh... Das ganze Level neu machen. Also muss ich jetzt nicht werden. Ich muss kurz ein bisschen... Ich seh' gar nichts! Blind! Tomaten vor den Augen! Ich hab' ehrlich gesagt gar keine Ahnung wie viele... Abzeichen jetzt noch kommen. Aber es könnte nicht mehr so viele sein. Hopp. 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 Nein. Was muss ich machen? Okay, wenn ich oben bin an den Plattformen, chill ich erstmal. Alter, ich hab' richtig Schiss, dass mir jetzt meine One-Hots ausgehen. Und dann muss ich alles neu machen. Mhm. Alles. Oh Mann. Das wär' jetzt wirklich... das Allerschlimmste. Was? Ich check das nicht. Aber da hinten ist das Ende. Von diesem Bereich. Ich hab's gesehen. Ich vermute, es gibt nach diesem hier noch zwei weitere. Oh nein! Es wird einmal unsichtbar geben. Oh Mann. Achso! Okay, ich bin auch blöd. Ja, macht Sinn. Ja, macht komplett Sinn. Oh Mann, ich bin einfach blöd. Okay. Mein Fehler. Mein Skill. Oh Mann. Alter, meine Hände schwitzen. Was denn jetzt? Ach, das hier. Ach, mein Liebling. Und Drehung. Okay, das noch. Dann unsichtbar. Ich glaub' dann haben wir alle abgekaut. Durchgekaut, meine ich. Oder? Ich hoffe. Was ist das denn? Teufel! Geht denn jetzt? Hiya! Nein. Okay, ich glaub' mit dem Jet hab' ich jetzt relativ drauf. Mehr oder weniger. Und das hier hab' ich so oder so drauf, weil... Ich damit immer spiel. Ja? Das ist aber echt böse doch gemacht. Diese eine Stelle. Oh, das ist generell voll böse! Was war's? Oh. Hm. Ach, den hab' ich auch noch vergessen, den... Schuss. Was? Oh mein Gott. Wie lang kann ich hier... Haben? Die Münzen zeigen mir hin. Da ist das Ende. Da ist das Ende! Okay, die beiden hab' ich jetzt mehr oder weniger drauf, glaub' ich. Was ist denn jetzt... Diese Stelle... Die mich komplett... Fertig macht. Wie lang kann ich hier stehen? Wie lang kann ich hier stehen? Nein! Ich kann nicht lange stehen! Ich kann nicht lange stehen! Ja, erst springen und dann hier... Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Jetzt hat das Timing nicht, ne? Das ist halt mein Problem, dass ich einfach das... Timing hier überhaupt nicht weiß. Überhaupt nicht kennen. Aber ich glaub' jetzt hab' ich... Ich glaub' jetzt hab' ich das Timing. Jetzt glaub' ich hab' ich... Jetzt hab' ich... Ich geh' noch weiter. Ach du... Meine! Nein! Ich kann cheaten! Ich kann cheaten! Ich kann cheaten! Warte, warte, warte... NIEMALS! Cheaten! Okay. Und go! Okay. Durch! Ich kann nicht mehr! Bitte! Bitte! Ich kann wirklich nicht mehr! Unsichtbar. Das muss jetzt aber wirklich, wirklich das letzte sein. Da ist auch die letzte Coin. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab' mich nicht gesehen. Oh mein Gott! Nein! 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 Mein Herz... Mein Herz ist grad so schnell am Rasen. Ich hab' nur noch vier Leben. Ich mach' immer wieder neue Fehler. Die ich sonst nie mache. Und das macht mich grad' so kaputt. Was? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich baue's da? Habe die 10er. Ich lebe noch. Okay. Und los! Und los! Ich sehe nix! Nein! Junge, nein! Nein! Okay. Pütze! 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 Ja! Ja! Ich hatte so ne Angst durch mein Herz. Also ich hatte Herzrasen, weil ich so ne Angst hatte, dass ich Game Over gehe und alles neu machen muss. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Das ist das schwerste Level im Spiel. Punkt. Das ist das schwerste Level. Das allerletzte Level ist das schwerste. Mein Herz regt immer noch. Nein! 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 Okay. Ich hatte grad ganz kurz Angst, da kommt jetzt noch ein Level auf mich zu. Was soll das Spiel? Ein wunderbarer Abschluss? Es ist vorbei. Bitte sag, es ist vorbei. Ich heil' das nicht mehr aus. Hi! Da-da-da-da! Hey! Und so leisteten Toadette und der Prinz Außergewöhnliches. Sie durchquerten alle Level der Spezialwelt. Du hast enormes Können bewiesen. Um diese Leistung zu würdigen, verdienst du ein geheimes Abzeichen. Das Stimme-Effekte-Abzeichen? Was für ein großartiges Abenteuer. Vielen Dank fürs Spielen! Du bist wirklich wunderbar! Ihr seid auch wunderbar, falls ihr bis hier geschaut habt. Und da ist das letzte Abzeichen. Hm. Stimme-Effekte. Keine Ahnung, was das macht. Okay, aber ein kleines Secret kriegen wir hier. Du hast alle Abzeichen gesammelt! Jetzt hast du fünf Medaillen! Eine Medaille gibt's noch. Ich glaub, es gibt sechs insgesamt. Aha! Wir haben es geschafft! Das ist eine großartige Leistung! Du kannst stolz auf dich sein! Ich frage mich ja, was geschieht, wenn du dieses geheime Abzeichen nutzt. Lass uns so unseren Triumph feiern! Möchtest du es gleich anwenden? Ja! Was macht das? Wie ändert sich jetzt die Stimmen? Kommen jetzt die alten Stimmen? Oder was? Was soll ich mir darunter vorstellen? Oder kommen jetzt gar keine Stimmen mehr? Oder kommen jetzt alte Soundeffekte? Oder was soll ich mir darunter vorstellen? Ich kann mir grad gar nix unterforschen. Ne, das ist gleich. Okay, bevor wir uns das anschauen, gebe ich nochmal kurz meine restlichen Münzen aus. Ich weiß, heute ist eine längere Folge. Vielleicht auch 45 Minuten oder so. Ich weiß es nicht, aber sorry. Das ist die letzte Folge. Wir müssen ja alles raus, aber noch. So, roter Yoshi hatte noch... Ah, wie süß! Ah, sehr süß! Genauso wie gelben Hüpfer Yoshi. Den gelben Ballon Yoshi. Das reicht nicht mehr. Gelber Stachguck Yoshi. Boah! Toter gelber Yoshi als Gumba. Ah, wie viele fehlen noch? Topener Yoshi. 1, 2, 3, 4, 5 fehlen uns noch. Okay. Farm ich eben gleich. Aber jetzt gucke ich erstmal in irgendeinem Level. Hier zum Beispiel. Was macht Stimmeffekte? Was? Der hat ja gesummt. Was? Was? Wer macht denn die Geräusche? Irgendein Entwickler ist das glaube ich einfach, oder? Der einfach seine Stimme aufgenommen. Warte, ich muss noch ein anderes Level dafür aussetzen. Richtig. Ok. ja leute ich hoffe euch hat dieses display gefallen eigentlich noch machen muss ist die letzten paar standys kaufen dafür gehe ich jetzt eben kurz in dem einländisches gesagt habe ein paar münzen farmen und dann sehen wir was uns noch so fehlt aber ich glaube das ist wirklich das einzige allerdings habe ich noch gar kein abzeichen auf der overworld für die spezialwälder das ist doch das beste zum fahren nur wenn es eigentlich auftaucht dann spielte das andere oder guckt einfach ob es mittlerweile schon einen anderen guide gibt für bessere chancen oder so ich hoffe jetzt gehen wir hier durch genug münzen ich habe ein bisschen auch oft gespielt aber noch nicht so viel ich weiß auch ungefähr wie viel wir brauchen ich habe 150 gehen oder so ich hoffe es ich glaube es aber nicht so wirklich es ist knapp es ist knapp es ist knapp ich verschwinde auch so schnell ne drohin 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 ich liebe es komm schon das ist fast komm schon eine münze komm schon bro eine münze ernsthaft okay jetzt sollte ich genug lila münzen haben um die restlichen paar standys zu kaufen blauer stachel blauer ballon mit einer eichel oben drauf mit einer schale und duckner mobsi und zum guter letztes hüpfer mobsi wir haben alle 144 standys sie werden übrigens random ausgewählt die kann man so nicht selber auswählen weil ich ein bisschen schade finde aber trotzdem ziemlich cool man sieht auch links die vier sind normal mit dem rahmen mittlere sind so silber und rechts die gold ist mir auch erst jetzt aufgefallen tatsächlich okay das alle aufsteller gesammelt die sechste medaille so und ihr fragt euch vielleicht ja gut was bedeuten jetzt sechs medaillen das zeige ich euch denn wenn wir jetzt zurückgehen zum titelbildschirm und uns mal die medaillen anschauen weil die sind nur im titelbildschirm zu sehen oh der hintergrund ist dunkel geworden das ist interessant aber nicht nur das sondern ihr seht auch wir haben alles in dem spiel komplett durch mit dem spiel das letzte habe mich wirklich gebrochen weil ich hoffe ich hat dieses let's play gefallen wir sehen uns beim nächsten super mario abenteuer wieder bis dann spaß like da lassen bis dann